Spiele, wie sie es zeitlich nicht begrenzt. Wollen wir mal den Polarpeak schauen, wie es ausschaut? Ja. Machst du gar keine Begrüßung oder sowas? Nee. Nee. Achso, Jungen, wir spielen Gots auf einer 17er-Huren-Streak? Nein. Führen wir. Oh. Weißt du, fünf Wins Gold? Fünf Wins und Fünfer-Duo-Streak? Kappa. Ja. Ja. Ja, Spaß, wir haben Squad und... Drei Squad und einen Duo. Ja. Nein, ohne den Drecksscharfschützen-Einschuss. Ah, der. Weißt du noch der, der an der Party war? Hm? Äh, der in der Party war und gesagt hat, ich habe nur 2K-Leitung und es kommt ein neues Update. Und das heißt, eins versus eins versus Kurt. Hm. Okay, dann Polarpeak. Apfelsaft-Unterstrich 1,2,3. Hm? Es ist Apfelsaft-Unterstrich 1,2,3. Hm? Ja. Mal gucken, wie es da aussieht. Schöne Waffen. Ja, auf die Cool drauf zu gehen. Safe, das geht nicht. Schöne Waffen. Ich sehe schon mal einen Rutsch dann irgendwie auf. Ich werde sie durch den Stream haben wir jetzt wieder Scheiß unten. Hm. Es wäre jetzt so lächerlich, wenn, äh, wenn die so alle da hingehen und sich das im Bett anschauen. Und einer kommt in der Knoll. Nein, 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 nein. Da macht der, da macht vorte einfach so Mittelfinger und schreibt runter Opfer. Ach. Wann ist es alle weg? Ja. Komm, beide auf dem Ballon, Eis auf der Kugel unten. Scheiß doch, wenn ihr ihn falsch... Oh mein Gott, die Kugel ist ja so klein! Ich will... Oh mein Gott. Hey, da kommt noch jemand mit. Wenn du da ganz knapp dran gehst, dann ist es urhell. Haben wir da drauf? Digga, wie viele kommen mit? Oh. Nein, man kommt nicht drauf. Ah. Ich gehe Höhle, Yeti Höhle, Yeti, 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 Yeti. Ja, morgen, wie viele sind hier. Das ist ja noch wenig. Ich glaube, wie... Das ist ja so bezeltet. Okay, was krieg ich mal wieder? Pistole. Wenn ich mal wieder von mir etwas geladen werde. Ah, das hab ich gut. Der ist so One-Shot, der Penner. Oh. Einer Penner. Was krieg ich mal wieder? Munition. Ah, Peck. Hup! 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 Nimm den Scheiß Waffen. Hup! Ich hab ihn mit der Pistole geholt. Nappen. Hup! Wo ver... Was der Motor csure ich noch? Ich habe keine Mäts. Ich kann nicht. Nice, 28-er Headshot! Dann gibt es ein 100er. Nimm ihn ruhig rein這個是 Klammer, Können wir was zu bringen, ne? Alles so? Da war noch locker, ja. So? Das ist ein neues Noob. Oh mein Gott, Ega. Das ist sogar zu heftig. Das ist ein neues Noob. 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 Das 1-0-5-2-0-1-0-1-0-1-0-1 Das ist ein neues noem K Zelda... Das mag ich denen da versuchen. Das mag sie nicht tun? Die 3-0. Feuer composedist hat, die 6-0-1-0-5 início. The one goes below, man. One goes below, man. das legt ja wie er ist ein hacker ja jetzt kommt er mich um zu finischen aber das trauen ja jetzt finde ich nicht du NOSKIN sein erster kill komm nimm die Ehre vom NOSKIN der hat gerade die Kiste geöffnet der ist hier um die Ecke er hat die neue Schottgarn ns boy wot lass mich hin dann finischen dafür ist die neue Farm wot du musst komm welche geschützt kurz heute hat die pump kann raus digga wie verpackt ist das spiel oh mein gott kengen dritt alter kumm er weiß dass es ein kleinkind ist mit diesen Namen dieser dummen Namen ja die haben keinen die können nicht spielen ne mhm 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 Wollen wir zu dritt beim Live-Eventer-Bassern? Ja. Ab. Live-Event. Wenn ich will, muss meine Fällen in echt treffen, will dann euch zwei. Hm. Barb, was zu trainieren, wie du aufgegangen bist? Irgendwas hat's zu messen gegeben? Hm. Was hat's zu messen bei dir gegeben? Okay. Hm. Okay. Ähra. Ich bin noch kurze Runde fertig. Hm. Boah, P90. Weppler. Cool, schön. Ehre. Genau, Mann. Okay, jetzt noch ein Stunde, wer am besten ist da? Ich bin Toxic. Hm. Ich geb, ich geb Dings nichts ab. Hm. 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 Ja, Pumpkan, P90, Sniper. Uh. Ich hab ne... Mini für dich. Hm. Ah, ich hab ne Wecken gesehen. Ah, ich hab ne Wecken gesehen. Ah, ich glaub bei den Häusern sind keine mitgelandet. In den Gegnern. Ich hab ne Wecken gesehen. Ja, ich hab ne Wecken gesehen. Auf jeden Fall. Echt? Hm. Ja. Ich bin ein Prinz. Sniper weg. So, zack. Boom. Ernst. Ja, bei mir ist er. In... 34 Minuten ist das. Hm, wirst du zu mir kommen, bei mir ist er. Ja, unter mir, perfekt. Da schießt jemand, äh. Der ist vorne. Feiner. Hab ihn. Man kann, man kann ja nicht mal bauen. So schnell. Warum leckt es, wenn ich mit dem kämpfe? Oh, nice. Ich bin so los. Ich bin 81er halt. Ich hab drei Mini. Ich hab fünf Mini. Ich hab drei Mini. Hast du noch nicht? Hast du bei ich dem Mini? Hm, äh. Nur wie du leckst. Manni, wie geht das mit den Einkaufswagen? Ich will die den Einkaufswagen machen. Wie fahr ich mit dem Dreck? Der hier. Ah, ich hab zwei Mini. Ich hab so vieles Bett. Hast du noch leichte Mini? Leichte Mini? Was? Wir gönnen dir. Ja. Ja. Ich zerstammel das Gebäude. Nur noch eine halbe Stunde, dann explodiert die Kuh. Ja. Wir laubern hier. Kriegner. Hier ist ne Falle. Was? 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 Was ist los? Wir müssen uns beilen. Ich bin nicht runter fertig, weil nur noch so zehn Minuten sind. 22 Minuten noch. Ich sauge jetzt einfach. Lukas nicht wundern, meine Mutter saugt jetzt gleich, dann kann es kurz laut werden. Wie bitte? Bei mir wird gleich gesaugt, kann kurz laut werden. Kannst du hier stummern oder wie? Dann kann man halt einfach eben das Arsenein stummern. Tauch! Na, zu. Maathe? Ja, zu. Das war's. 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 Okay. Oh. Oh. Okay. 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 Der Triad wurde geholt von den Dreckskind. Ja. Oh ja, ein Kind. Was macht er? Heute muss ich zum Verständnis. Was macht er? Wollte ich auch noch nie verschießen, schlappte ich den auch zu verständeln. Wird's feiern, wenn wir die nächste Runde sehen. Hm. Jene, die jetzt noch schnell spielten, schwacher werden. Ja, nein, die sind so schlecht. Oh. Herzgott ist aber nicht schlecht. Oh ja, hat er gut gut. Da ist es ein Rock. Der ist ein Rock. Der ist ein Rock. Der ist ein Rock. das wird jetzt nur 2 Minuten lassen ja, umfassig das wird jetzt rechts stark Eier und Diffen Eier und Diffen Eier und Diffen Dann müssen wir ungefähr so noch 2 Minuten in der Lobby bleiben oder nicht? 2, 2, 3 Minuten 3, 2, 1, 2, 1 Ich drück schon mal Readyro nicht Befest nella Rhonda sondern Wollen wir einfach nicht schreien gehen? Ja. Nicht, dass sie dann abgeknallt werden. Ich weiß, dass meine Jungen von den Weibs sind, ob uns gehen. Also was für ein Maximum mehr. Ja. Wir lieben uns mal. Wir lieben uns mal. Ich würde so fahren, wenn es nicht alle wegfettig sind. Ich bin halblos. Ich habe mir 3 Minuten noch in der Hand. Ich habe einen Sonnen. Ich bin halblos. Ich habe einen Sonnen-Smil-Aus. Ich habe einen Lohnungen. Ich habe einen Lohnungen. Ich habe einen Lohnungen, den ich noch smile. Ich habe einen Lohnungen. Der ist da uns gejoint? Äh, keine Ahnung, kannst du ihn auswerfen. Mach'n Laude auf dem Privat, weil wenn er das irgendwie verpassen würde, dann wär's. Komm, 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 komm. Der Fitzpatrick wurde immer wieder bei mehreren Körbünen. Was sind denn zwei Minuten oder eine Minute? Na ist einfach jetzt schon ready drücken. Warteschwange ist voll. 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 Was ist voll? Warteschwange ist voll. ab ich bin schon fast unten wir wollen ja auch im tor ja zu denen kommt die töten uns nicht töten ok ich dachte er hat eine pump kann wenn der jetzt kommt uns holen der andere auch der nächste kommt der er hat eine waffe die rote eine waffe wie viele ich sag geil alles freunde die zerstören alles oder wenn wir dann zu 30 Twins holen wir sind zu deiner sohn einer rennt ganz in den Schottgang herum wie viel sind 1,2 echt was witzig warum kommt mir keiner beim stream zu flugzeug der flugzeuge die schießen digga flugshow die 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 gar nicht weg pustet ah da ist noch einer Digga ich bin hier das ist einfach nur krank noch eine minuten noch fuch eine minuten noch Digga ist das gang Leute neigt den streamen und macht n abo da ich hab n 200er ping ich hab n 200er ping 50er rip ich hätte sobald das event fertig ist knallen die uns ab ja Digga wie viel als auf der spielwiese oder so wär heute sind die feinde mal freunde es passiert was schau es ist was passiert wir haben jetzt es ist 20 Uhr es ist nichts passiert oh mein Gott oh mein Gott Alter was macht der schon in den hunden an stehe oh mein Gott Alter was macht der jetzt mit dem Digga nein der knallt uns ab komm helf mir Luca oh mein Gott 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 Digga der ehrenlose denk mal der wird gemeldet du bist voller Schnee naja das event war nicht so heftig so der wird gemeldet weil der die ganz das ganze event ruiniert hat der Basta Digga ich hoffe der wird gebannen alles alles Digga so ein Basta aus als mit dem eis kann aber es sieht auch heftig aus mit dem schnee okay so uneherhaft das war so klar sobald dieses event zu ende ist also 15 leute oder so bei uns gewesen dann knallen einfach alle ab ja aber nicht so wie ich den typen echt umnehmen wenn der bieb vorbei ähm wenn wir bieb hat und aufhört dann möchte ich der nächste eine knallt alle ab hm haben die jetzt nicht alleine mit der axt auf hingehen müssen ja alle auf die zwei hätten uns auch eine waffe wollen müssen hm es war so geil das event nein so unnötig das event das war so geil das mit dem eiskönig ja fand sie im urkacke und das da so viele leute waren und das da so viele leute waren und das da so viele leute waren hm ja das war so 15 leute Digga 15 leute oder so mit oh meinst ja also so ah ja wir spielen du aber du kannst den raffi oder so einladen und das mit dem spiel ja der raffi hat vielleicht äh der raffi die schon gerade geriativ steht aber der wusste der abdrückte sein letzter vom nächsten regio nun kannst du auch fallen ach so hm 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 mach mal gucken wie's da jetzt aussieht hm 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 das hat perfekter zeitpunkt gerade in der runde und zwei zuschauer die ist zwei aber die hätten beim event dabei sein müssen aber ich habe es kommen sehen 15 leute waren nur zwei mit waffen oder drei am ende des events kommt er mit seiner pump kann und holt dann die kummer wie pressen park aussieht die pressen aussieht ja mit diesem nebel jetzt sehe ich die kommentare online kompakt von mir geschrieben grüße zurück hat mit denen schon mal gezockt die event der eiskönig so heftig aus besser gut wasser das kann blitze schlagen ein bei mir es gab ein blitz eingeschlagen habe den gesehen bei mir war es nur ein paar meter und ich habe es nur grüne pampen gold und ich habe es nur in der rk direkt oder und ab 4k mhm dann müssen einfach willst du trainen ähm Gott bei mir ist ein gegner gewesen ja wohl soll ich zu dir kommen so matt schreiten kommen ins party ich spiel hier nun du mitnehmen hey leute kiste habe ich noch nicht geöffnet oder doch ja nicht mehr ganz du ey die zwei zuschauer wenn ihr Bock habt könnt ihr party kommen und ihr könnt zusammen durchspielen weil ja naja 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 aber trotzdem war es noch relativ ruhig teilweise ja der einzige der ich herumgespringen hat war der Dings mhm das meiste habe ich der Piku oder wie der heißt und die nur Dings geredet mhm oder ich habe den besten und ebbschel Schalding war ebbsche Farm äh Dings äh äh da habe ich bisschen ebbsch rift in ebbsch fläub ne ja wir wollen hier in die zone jetzt einfach mal ja schafft es ok 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 man sieht es voll schlecht vom weinen oh mein gott man sieht halt null wenn du gegen ein bomb schaust vom weinen ne was leuchtet da vorne? guck mal da vorne da leuchtet irgendwas und das wo ist äh ja das ist der bomb ja das ist der bomb ah was ist das? ja du lebst schon 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 äh ne ich komm nicht in euer Party ein weil ich bin ja hier äh lass das mal zerstören das lagern schon wieder Zombies ok die halten jetzt diesen mal den los es gibt uhr ne und uhr schwache fest von 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 kommt da was? oah man bekommt was ist ja mega geil das ist ja mega geil lass mal lager screenen brauche ich brauche brauche munition ja ok wir müssen zur ne mhm ja ich hab ein Rift kommt ah nice schon sieben Kids haben wir nicht mehr Zombies als ob das einfach so mit rein gefügt wurde ich fand ich finde Zombies eigentlich jetzt geil weil sie nicht immer so viel schlucken aber ich konnte eine Menge auch nerven die sind nur außerhalb hab ich irgendwie da so viel weil innen hab ich keins gesehen nur außerhalb sind nur viele andere als das ah hier ist noch ne Kiste ich gönn die mir ah du bist schneller ach hier ist auch noch ne Kiste ja 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 na komm der der ist ja oben und Dynamit echt prima mein Name bei mir ist ja nichts ja wie schwarzer Ritter alter hat selbst kein aim der Mann einmal gerade zurück mh hallo darf ich mitspielen naja wollen wir dann Quotzke he hey was mit leiche Wetterber Ja. Und wie fandest du's? Geil. Wart hier. Ach so, dass ich mehr bete. Ich hol mir den Chuck Chuck. Ja. Wie viel Stummgewehr Muni hatte der? Ich hab nur einen 50 Schuss. Ich hab 200. Ja, ich hab 51. Die fand's aber nicht so geil. Also, es war nicht der Hammer. Warte, kannst du mir ein bisschen was geben? Ja. Es gibt jetzt wieder Zoffen und alles, ne? Ja. Okay, dann. Ja, ich hab schon ein bisschen Zoffen. Aber ich find's geil, dass die nicht immer so viel aushalten. Hab ich nicht. Sollste. Kommt aus Bayern? Ich kann Taschenrissen nehmen. Wir sind erreicht. Okay, komm. Wir sind geschmissen. Okay. Äh, Lazy. Das wären Lagerklinon. Ja, komm auf. Man sieht halt jetzt ur, ur verschworene Lager. Ja, unter uns ist ein Lager. Und eine Hälfte. Ja, lass uns holen. Na, komm mal die Lazy jetzt auch. Das sind überall Lager. Das ist geil. Wir kriegen hier auch XP da durch. Doch, gut. Achtung, Petter. Mein Aim. Ja, für den Petter. Was? Was ist das denn einer? Guck mal. Oh mein Gott, das ist ein Boss. Wie ist denn ein Boss? Wie ist denn ein Boss? Da bekommt man das Weißkopf. Dieser. Boah. Die Munition ist ja schön, oder? Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Zerstört das Lager. Zerstört das Lager. Ich hab keine Pumpmuni mehr groß. Zerstört das Lager. Ah, die geben alle in die Schrauben. Ah, helf mir! Ich chest mir das Lager. Wie viel Pumpmuni hast du? 22. Ah, hier du hast... äh, nicht mehr als ich. Ich hab 12 Schuss. Hier, bekommst was. Oh, nice. Wie viel Zombie-Kids hast du schon? 17. Ok, ich hab 18. Ich hab schon zwei Normal-Polse. Oh. Aber 10 ihr auch mit XP zusammen. Ha, sonst man dann welche kriegt. Gibt man dann XP? Mega. Shots! Oh, instant. Es macht einfach Spaß, die zu killen. Oh, ghosted. Komm, nos go. Ah, nein. Miner. Oh, naiv. Oh! Die können mal schießen! Manche Potenien schießen. Oder nachfluten als mir mal die Zoll. Schau mal, wie viel Damage ich kassiert hab. Oh. 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 Mein Name. Es gibt so fette Naiv-Zorgen, bis die... Oh, naja. Digga. Voll... Immer nur noch... Ah, Muni. Hm. Warte, schaffst du? Schaffst du das Haste? Ich hab ne Sniper-Sorgen gekickt von einem. Digga. Ich hab 37 Zombie-Kills. Ich hab 37 Zombie-Kills. Mir lädt nur Gras irgendwie. Ah, das macht voll Bock. Ist das jetzt die ganze Zeit so? Ich hab ne Sniper. Ich hab ne Sniper. Alter, man zieht ihn voll zum Gegner, aber man zieht ihn so schwer. Mhm. Naiv. Welche Koordinaten? Mhm. Mhm. One-Shot. Hab gebaut. An 61er Helium hab kein Schirm. Oh. Boah. Hab ein. Ja, da hinten ist, äh... Wollte schon. Das sind die... Ab dem, wenn du auch lauschen. Wollt achten. Denn... Meiner. Ein Hit. Dea, die sind so lost. Sieht man auch eigentlich die Zombie-Kids? Mhm. Ja. Ja. Ja, komm zu mir. Und von hinten direkt abgefuckt, alter. Hier bei mir ist es pocket money. Von mir leckt. Digga von wo fuckt der Typ wieder ab? Man zieht halt jetzt nur schlecht. Das... Da wo? Irgendwo von hinten. Nein. Wo ist die Rock? Äh, unten. Rechts irgendwo. Warte. Hier. Komm. So. Komm zu Papa und schnapp dir die Money. Hinter dir. Können ja alle nichts. Ähm. Glaub ich's verstehe. Oh, hast mein Kill. Ja, die lost sind die alle. Von irgendwo noch. Ja, noch immer nicht die Rocket money. Hä, ah. Die liegt hier vorne glaub ich irgendwo. Hä? Ah, erstmal Gegner. Da ist ähm. NS Boy. Hier hinter ohr. Ich bin da geblieben. Boah, Digga. Mit netzen. Moment. Kann dazu in den Modus passieren. Ich hab nur noch 6 HP. Ich weiß nicht Killst. Ich. Hm. Wie viel Killst hast du nun mal? Ja. Hier. Ich hab. Meinst du mal? Hm. Wann nochmal. Hm? Wo liegt die Rocket? Revevier ist doch mehr. Hast du ihn? Hm. Verrecker. Oh. Wie lost die alle sind. Ja, unnormal lächerlich. Wie blöd. Mal. Wo ist einfach? Was hast du Minus? Ah, ich hab nochmal Rocket zu dich. Hier, komm. Bei mir. Hier, zwei Minus. Meiner. Weck der so ein Minus. Hey. Digga, da ist so one shot. My name. Wo denn? Okay. Na warte, lass ihn mir. Lass mich mir holen. Lass mich mir holen. Oh, Digga. Alles musst du nachladen. Den nächsten. Warte, du musst nie. Äh. Lagerfeuer hab ich. Nächsten. Und so ne. Oh, passt du. Hab ihn. Ich bin fast. Ich bin gleich tot. Oh. Digga. Du bist one shot. Schaffst du's? Ich kann nicht mal rein in solche. Wenn ich reinlaufe bin ich down. Komm, das schaffst du. Ah, hier. Nein. Hey, ich hab dich doch. Ich sag nichts mehr. Es ist so lost, das Drecksgame. So lost. Wie kann das Game so schlecht sein? Kannst du mir das bitte sagen? Warum haben wir auch noch das Mets? Die Gegner sind halt so mega lost. So. Soll ich noch ein Mets gedrücken wegen den 10 HP? Nein. Nein. Seh ich nicht. Du kannst dir so diese überhören holen. Die sind alle so schlechte Gegner. Jetzt können die Zombies wieder nerven. Ich wusste, dass irgendwie Zombies kommen. Weil fast bei jenen Wänden sind. Ich platz die Jumphead einfach, oder? Ja. Eher bei irgendwie... Irgendwie... Worte. Irgendwie so. Außer... Ein bisschen außerhalb der Zone. Da wo... Nein, hol dir nicht das Lager. Ist jetzt kritisch, weil... Die waren alle da die Schüsse. Digga, wo sind die? Dann müssen wir so 20 Pumps jetzt machen. Hm. Ich hab halt kein Schild. Ich hab halt kein Schild. Dann lag da irgendwo, glaub ich. Oh, nee. Ah, Justin hat... Niemand hat noch High geschrieben bei mir. Und ich sag sogar Kai. Ja. Niemand hat mir High geschrieben. Ich sag zur Kai. Ja. Äh... Justin hat nicht okay. Wir wollen ein Duo spielen. Ja, aber du kannst in die Fahrt kommen. Hm. Die Zombies fucken ab. Komm, ich störe die jetzt beim Fight. Mir ist es eigentlich egal, ob der in die Fahrt kommt. Was sind das für Bots? Boah, der macht sich so schlecht. Wir sind alle so schlecht. Schauen niemand Bord zu denen. Gibt es einen Rank jetzt, wo man eingerankt wird? Weil die sind so schlecht, alle. Der fragt, ob der dann in die Party kommen kann. Ähm... Ja, ja. Denk mal schon, ja. Digga, das nervt gerade. Digga. Digga 6 kill. Aber die Gegner sind im Mega lost. Wenn wir nicht schon 6 kill machen. Auf dem Baum. Da kann man so easy 20 Box machen. Findest du nicht? Die sind schon lost. Siehst du? Ja ok, die sind... die sind besser Die sind viel besser Man hat sich glaub ich nur die Stryke und Kahn Irgendwo da auch Ok, sowas von Stryke Ist doch wohl Der Dave ist krass Muss halt nachhören, halt was denn? Der Dave ist dodo Oder wo Dave ist, du will Ich bin da still Ja, das ist Ich guck dir mal dein Stream Robin Kennt ihr euch von Schule? Ja Hm Der ist ober dir Ja Kannst du dir zum Film ein bisschen leiser machen? Ja, mach ich, sorry Ja Ja Er soll einen Ace verrechnen Ich kriege einen Ace Gegner Boah Ganz scharfen Vielleicht zerstör das Glaub ich Bisschen, pass auf Ich merk schon wie du Mompompassierst Und eines an dem Lager Na ne Laser All deine Waffe sind leer Komm Komm Ein lucky headshot und er ist down Oh Nasentoten Dreck 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 Das war's Ich hab vorher geschossen Hunde Scheiß Misted Gegner Ich hab sieben gehabt, alter dieser Hundesohn Scheiß Skulltrooper Noobskin Digger dieser Hundesohn, alter kam aus dem Arsch von einem Hund gekrochen Drecks Skulltroopers, er ist zwei Kitzel, sieben Kitzel in den Lappen Nur wegen den Scheißdreckszummis Wir wollten ja eigentlich du noch weiterspielen Okay, sag mir dann Bescheid, ne? Mhm Gut, aber ich bleib in Party trotzdem Mhm Ich hab vorher geschossen Mhm Ey, so ne geile Runde Eissturmherausforderungen Neu, der Winter ist da Der Eisgönig hat auf der ganzen Feld Ey, der guckt Guckt dir mal den Hängegleiter an Der ist geil Aber, naja Doch der sieht schließlich geil aus Alter, die Tarnung Die schon geil aus Hm Der störer Eisstörsale Das ist, ob ich die Zombies Aber lass nicht auf die Was ist das für ein Modus Eissturm Ey, das ist das, was die Lokant gespielt haben Also Willkommen, das war Der ist Bock zu hart Der Diese Gegner sind so los Alle Es macht so Spaß Wie wird sich Ja Weil die alle nichts checken Der, wieviel ich geholt hab am Ende Ich geh ja nur auf die Tarnung Ich geh ja nur auf die Tarnung Ich gönne Ich mach den Hängegleiter Ich bin nicht so fett Mhm Das ist so Groß Hängegleiter Wenn nicht dann mit euch Dann mach ich auch streamen, ne? Ja Okay Ich schwitze, glaub ich, ich mega schwitze Weil jetzt, weil die meisten Leute jetzt safe Dings Gott gegangen sind jetzt mit ihrem Freund lassen Ja Ja Leute, die schon naiv Ist naiv an der Krankheit Hm, keine Ahnung Ich weiß auch nicht Komm, komm Lukas, wir müssen noch zwei Wir müssen noch zwei Wir müssen noch zwei uns hunden, dann hab ich 130 insgesamt Dann hab ich 32 Ich schwitze Ich schwitze Digga, bitte noch so schlechte Gegner Weißt du noch die beiden Nurscans, die ich geholt hab? Die haben ja gar nichts gecheckt Ich hab einfach Headshot Und den anderen Mit der Shotgun Der letzte Der letzte war Eigentlich ein bisschen Besser Aber auch nicht so gut Nee, der hatte nur den Halgon Und eigentlich hab ich vorher geschossen, aber nie Kauf dir mal einen neuen Controller, wenn das nicht reagiert Hm Ah, das hat auch ein bisschen geleckter, als der Kram Okay, ja, wir freuen Boah, wenn ich schon sieben Cates mache, hat das schon was so bedeuten, dass die Leute schlecht sind Ich hab auch fünf gehabt Beste Runde Ja, jetzt wird's so rasiert Vierer Ping Huch Zwanziger Ping Du weißt, was das heißt, oder? Ja Epic Win Ist da Zwei Sack heißt einmal Hohoho Wir müssen eigentlich in diesen Romodus mal nach Tated gehen Nein, ich glaub, da sind noch viele Tryhader Ja Die größten No Hands Äh, die Tryhader sind jetzt sicher in all zu mir drin Ja, nur weil heute Pro Scrims Normale Scrims Hat die Landung vermaßt schon der erste Noob Okay Direkt als erster Landung vermaßt Und nicht gehaunted gehst du dann Junk und dann treffen uns Ja Vielleicht klieg ich die Verlager Mein Aim ist so gut, ich hab vorhin nachgeguckt bei der Trecker App 2AKD 2AKD heute Das ist Nicht Ja, weiß gar nicht Kannst du dann mal nachschauen Die hatten schon der 1,690er Wie wir Weiß nicht Wie du mich letztes getrackt hast Du hast schon der 1,690er Ja Ah, ich hab' ich schon noch doppelt Hm Sorry Hm Geil Robin, wie heißt die App? Äh, Tracker & Network Tracker Oh, okay, danke Aber ich weiß nicht ob das auf dem Handy ist Ja, guck ich einfach mal Oh, ne, hier ist hier Weil wir sind Zombies Ein bisschen facken die Zombies Ja, doch, das ist der glaube ich Okay Ja, doch, das ist die Die hab' ich auch Und dann musst du halt die Online-ID eingeben und das wär's Kannst du mal meine ID eingeben? Hm Ey, Robin, schieb den kurzen Screenshot, ne? Ja Ich hab' ne Minigun, Alter Ich hab' gar nicht so trollen die Gegner Aber es macht ihm auch keinen Spaß, wenn man gegen so No Hands spielt Hm Oh, die Zombies facken ab Ich hab' dir kurz die App geschickt, ne? Also Ja, aber grad kann ich kurz mit mir nicht Naja Digga, die Zombies sind so ein letzter Abfuck Ja Oh mein Gott, wurde der Loot irgendwie verbessert? Keine Ahnung, ich hab' auch ein grünes Sturmgewehr und dieser Revolver-Sniper da Das ist gar nix gegen mein Loot Neuer K Neue Farm Neue Farm Drei Nades Drei Minis Ne Heavy Sniper Alles klar Ich find' den, äh Den neuen Revolver voll scheiße irgendwie Hm Ja Ich mag den nicht Ich brauch' ne Pumpgun Hast du'n Taschenriss? Guck mal wegen Zone, die ist ja wie am Arsch der Welt Komm lass, äh, schon mal nach Pleasant Ja moin Digga, Fortnite hat grad so hart gebockt, bis der Skulltourer den Spaß ruiniert hat Okay, kommst du mit nach Pleasant hin? Ja, ich mach' mich in die Höhe und du einfach dann den Hängeplan öffnen Oh, jetzt legts wieder Friede Jetzt nix Ich hab' mir hier die 2 Harder Ich hab' wahrscheinlich von allen die meisten Wins hier von den Gegnern Ey, wenn ich jetzt zugeholt wär' ne Ich hab' so'n Ease eine Runde Mit 30.000 30 Machen Auch voll 30.000 Oh, ne Pumpgun wär' halt noch schön Ah, so ne P90 wär' auch noch schön 200er Pin Mus' weg RIP Ja Es legt so hart Es, es liegt ja recht nur Oh, links von mir ist ein Fan Ja, aber bei mir ist ein Gegner schon Sehr gut Hey Justin, guckst du da zu? Hm Alles klar ist Ja, ich Ich... 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 Komm, ich trau' ihn Ja, Mann Genau, Mann Ist dir schlecht oder gut? Keine Ahnung Keine Ahnung Ein Mag Ja, okay, der... Der ist nicht schlecht Der mit mir... Hinter dir ist auch noch Ah, durch die Falle Ah, nicht! Der ist nicht schlecht Das ist ne Zone Ja, lass' das Flugzeug da hinter dir nehmen Komm mit Warte, ich will aber noch Warte, auch wieder Warte, nir Nicht alleine Okay, komm, was soll... Digga, guck mal wie lost die Gegner alle sind Ja, ich hab halt nicht voll an Abbekommen Ich kann nicht fliegen und das Zug nehmen bei mir weg Wie viele Materialien hast du? Äh, 300 fast Hier komm, steig ein Ja Justin, hast du wieder gesehen, wie schlecht Ah, er hat sich ja gemütet Ja, hab ich gesehen So traurig Digga, das ist so mad, ne? Ich schwör' Ja, guck, die Batterie ist noch voll Kann ich doch nicht mehr Ach, 6 und 5 Euro Ja, hab ich über den 4 und 6 und 5 Euro Ich hab ja gerade mit Oh, komm, wir müssen abschreien gleich Oh, komm, wir müssen abschreien gleich Ah, nein, 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 nein Ah, okay Fliege ganz in die Höhe Fliege so, dass es ist wer Ja, ich kann nicht 600er pingen Hm Grip Internet Du weißt, wie die 84er pingen Ja, okay, jetzt geht's okay Hm Ja Ja, 104er wieder Grip Wie viel Rocket Money hast du? Äh, weiß grad nicht Da ist er Ah Nein Springer Es ist so schwer Es ist so schwer Ein Flugzeug zu aimen Du kannst es gar nicht glauben Du weißt es nicht Jawoll Noch mehr Ja 6 Revolver Nein Nee, der ist hinterm Baum Ja, moin Scheiß knapp Mann Bruder Wie hast du dir alle noch geholt? Ja So, ehrenlos Der kennt er hinterm Baum, alter Kann er nicht fighten, oder was der Wichser? Scheiß man Wollte noch früher hast du noch gesagt, dass du nicht drausreißen darfst Hm Dieser Noob, ey Ich kenne noch hinterm Baum und dann mein Kontrolle Hast du traurig, ey Drecks werden Nein Nein, ich weiß was ich vergessen habe, RIP Klick Hm Eine besondere Event hat gerade begonnen, schließlich dieser Hm Und die Gegner sind wirklich wieder an sich schlecht gewesen Ja, es geht ja nicht Ich konnte nichts machen Weißt du wie eklig das ist, wie das ruckelt? Hm Er war ober mir Ich war unter ihm und ich musste nach oben, ey Und das ruckelt immer so Hm Ich glaube, Squat und Solo sind ganz starke Leute unterwegs Hm Hm Ich will jetzt gar nicht in den Stream gehen, weil alle schreiben Oh mein Gott, oh mein Gott, was ist passiert Und der redet dann wahrscheinlich nur über das, wie ich schreibe Hm Ich glaube, es wird man ein Gratis-Skin bekommen bei den Dings Keine Ahnung Ich glaube, man wird ein Gratis-Ruckelt bekommen bei den Dings Ich glaube, man wird ein Gratis-Ruckelt bekommen bei den Dings Aber ich finde es geil, dass Worte jetzt raus So Sachen rausbekommen, die gratis sind Also die Kinder kommen können Hm Ich glaube, morgen kommt so der Eis rausbekommen Es gibt Äh 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 Es wird schon wieder 37 Minuten verlangen Ah, das ist klar Wie schnell die Zeit vergeht Ja Okay, lass mal woanders hin Hm Morning Fatal 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 Sieht nicht richtig behindert aus, Alter. Hm. Kommt einer mit. Einen seh ich. Da gibt ein Man-Gebäude. Ich bin hinter Man. Keine Waffe, eh. Oh, natürlich, was krieg ich? Einen Sniper. Geil. Ja, mit 100er bringt viel Spaß. Wirbel. Down. Ja, aber was bringt eine Sniper? 55er bringen. Ja, aber. Safe holt er, aber es hat mich da gleich im Haus. Nein, Safe nicht. Und Attack. Ich kümel den jetzt weg. Oh, Pumpgun. Ihre. Wollen wir den weg? Ja. Mein Gegner. Guck mal, den muss er zerstören. 48er jetzt. Fußballerin 40 wieder. Nein, Zombie soll doch nichts verraten. Oh. Der wollte gerade Stiftsaft trinken. Und einen Easy geholt. Guck mal. Nasenbluten, was der gemacht hat. Bergschirn, ich glaub der ist gut. Hm? Zwergchen. Weil der war ja instant tot. Und Zone macht mal mit. Guck mal, ich mach mindestens jede Runde bei diesen Leuten. Oh nein, was kann ich jetzt? Wollen wir den jetzt auch zahlen? Ja. Oh, noch Schild. Du hast alles bekommen, außer das Holz. Warte, ich gebe dir im Detail. Warte, hier kann ich das Schild, den Schild dran, weil du hast ja schon voll. Ja, gut. Hab nen Taschenriss. Okay. Wollen wir das Lager kriegen? Ah, warte. Na, ha. Deine ganze Flex Hänge, leider. Wollen wir das Lager? Lager! Oh mein Gott, schweißle OP-Taktik ist doch, klopft das einfach. Die zerknopft das gerade von da oben, weil die da nicht hochkommt. Wenn er zieht sie an mir, steht sag's mir. Ja, aber erstmal... Hm. Meiner. Ja. Meine Scheuna. Manchmal check ich das Game nicht, ich hab 118er Pink, aber es läuft nicht flüssig. Hä? Wie viel Sturmgewehr, Muni, hast du? Hast du... Über 100 oder unter? 200. Okay, ich hab 92. Irgendwann. Ja, morgen hier nicht gleich mittlere Muni. Die ganze. Ich glaub jetzt hast du sogar mehr als ich. Wie viel hast du, jetzt? 167. Okay, dann geh ich hier wieder was zurück. Weil da hab ich jetzt auch was gehabt. Hattest du dir die Küste schon geöffnet? Nein, nein, fast schon, fast schon. Okay. Und sonst hätte ich dir was gegeben. Boah, ich freu mich schon hier auf nen Endfight. Geht. Hm. Hm. 50er Pink. Ehre. Genommen. Jetzt sollte ich so hart rein, Digga, du kannst. Rebe. Hm. Ja, ich hab schon. Glaubt, der Loot wird echt verbessert? Hm. Ja komm, muss weiter... Lass mal das heute. Ich lute das die Lingen. Gegner. Ah, links. No hands, glaube ich. Alter, wie kann er mir hin? Oh, ich komm hier nicht raus. Es lag. Oh Mann, hast du ihn für mich geholt, ey. Hab den doch nicht gegeben. Ich hasse den Eis. Ich hasse den Eis. Eiskönigin langsame. Ich hab die Lingen für dich. Aha. 105 war Hit hat er von mir. Alle sind Lost irgendwie. Ja. Ja, dann 11740er. Digga, warum sind die Gegner so schnicht? Das war jetzt halt ne scheiß Ecke da gerade. Da kann man auch viel keinen Spaß, wenn die Gegner zu Lost sind. Aber ich finde... Ja, ich finde... Ja, und man kann die schon killen. Digga, du wirst so schnell... Ausgegangen. Aber das ärgste ist immer, wenn du im Endgame bist gegen das Ur dem Lost... Links, links. Da gibt es zwei Unter der Headshot. Hier links. Hab gerade Schüsse gehört. Ja. Sorry. Da hab ich gegen die Zombies. Nee, ich hab auch Schüsse gehört. Fortnite soll das mal mit den Spiel-Sounds ändern. Und Macho hört man am Achtung-Panel. Ja. Oh, Anja ist das du. Ich spiel mit Tech, oder? Macho? Das ist die OP-Taktik. Soll ich mit Tech, oder? Ach komm, ich spiel mal mit Blauto Tech. Nein, total. Ja, du musst einfach einbauen und abbauen. Das macht das ganze Zeit schon. Aaaaah! Komm, ich schau, ich schau. Okay, noch. Ich bin auch so los. Der hat kein Schild. Boogie-Bomb. Wie lange hat die Boogie-Bomb gehalten? Jetzt geht er auf Finish, oder was? Digga, so ein Noob. Noob ist das. Das ist ein Noob. Der spielt mit Boogie-Bomb. Traurig, so ein Typ. Guck mal, wie schlecht der spielt, alter. Der hat keinen Aim. So ein Hund, alter. Glühwein Schwuchtel-Agentin. Wenn du dich so herumklägt und ich hab halt 40er-Pink. Drecks. Boogie-Bomb sollte man aus dem Spiel entfernen. Mag doch eh keiner. Lass irgendwie wieder, ähm, nicht so langen. Schauen wir, wo so ein Hound ist. Digga, der wäre so easy tot. Ach, wenn man selber Boogie-Bomb auf einen Gegner wirft, dauert die nur... nur, äh, geht die so schnell. Aber wenn der Gegner wirft... Bei mir hat sie länger. Bei mir hat sie gefühlt 5 bis 6 Sekunden. Mech ja nicht, Epic Games. Der war so lost. Und dann kickt er mich mit einem Schuss mal wieder. Nur weil er die neue Shotgun hat, ey. Ich geh auch nur auf die Zahn und die Hengelschleiter bin ich gar nicht so weit. Hm. Ich mach mal Party of Cure. Das Video werden wir mit dem Hunter spielen. Das Video werden wir mit dem Hunter spielen. Hast du einen Monitor, Robin? Ne, ich hab eine Fränse. Ja. Sitzt du da auf deinem Bett? Ne, ich sitz gerade auf dem Stuhl. Kann ich besser zocken. Sonst auf meiner Coach, aber wenn ich da dann drauf sitze, vorne an der Kante, geht's in mir. Du bist so... nö... So... ich hab mir alles in... Nö... Nö... Oh, häftiger Skin. Nö... 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 Das erste... Nö... 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 Oh mein Gott, schau mal ins Wasser! Ja, man meint das gar nicht. Doch, doch. Komm her! Ja. Wenn du zogst, was hast du denn mal an? Hm, normal. Alltag. Kann mit Jeans und so gar nicht spielen. Hm. Es kommt mal mit Jeans an, wenn du spielst. Nee. Jogglehose hab ich. Äh, da ist Fußball. Äh, nein. Es kommen voll viele, ne? Ich glaub zwei Teams. Ich hab noch einen dritten Spieler gesehen gehabt. Lass dir die rechten Häuser nehmen. Ich nehm hier das hier. Unter mir. Kann ich das? Ich schau... Ah, ich bin schon... Okay, ich was auch hier. Na, Applaus, Stummgewehr. Sag, wen dabei dir ist. Ja, drei Kisten sind hier. Drei Kisten auf einen Fleck. Geiler Kistenspot. Oh Gott. Hm. Zombies nerven mal wieder. Ja. Die facken schon ab. Die haben auch voll abgeneckt am Endfight mit den einen. Und ich hab keinen Pump. Ja, komm mal. Scher, 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 scher. Wo ist der beste Spieler der Welt? Kannst du den oben holen. Hä? Wo ist der? Ja. Er war der Beste. Haben so viel... Ah, hm, hm, hm. Ah, hier müsste noch einer sein. Ist das ein Arsch? Ja. Ja, da hinten sind noch welche. Warst du gut. Chill mal. Ich geh schon mal nur ein bisschen mehr. Ich hab 30, 20, 20 jetzt. Okay, ich hab auch nicht viel mehr. Okay, ich geh schon mal langsam nach vor. Weg. Jetzt seh ich schon wieder Boogie Bomben oder sowas. Aber ich glaub die Gegner werden noch eine Zeit besser, weil der war urstark. Ah, hier ist der bei mir. Da hinten, nur vor meinen. Ach du, das ist okay. Der ist so One-Shot, Digga. Hab ich ihn mir holen? Ah, ich fehle auch noch einen Kill. Okay. Hä? Der ist schon kaum wieder Warpump passiert. Nee. Hm. Der hat sich selber... In die Luft gesprengt. Der wollte Dynamit auf mich werfen. Was macht der? Er erklärt sich damit selber. Hab ihn damit zu sterben lassen. Oh, Zone macht ja wieder auch mit. Gibt's hier nicht Quads oder so? Hm, was nicht. So ein paar Materialien wären nett. Hm. Ich hab siebzig. Okay, ich kann jetzt kurz gucken, ob der Quads gibt, weil ich hab 15 Bandagen, 3 Schild. Ich hab zwei Minis. Ich hab zwei Minis. Ich brauch eine Palm, das wäre halt echt... Oh, nee, da ist wieder. Na, Digga. Was geht? Ah, Rift! Bei dir? Ja. Null. Warte, ich komme... Wärme oben. Ah, hier komme ich da hoch, ja. Was ist die Frage? Hier können wir den normalen Weg gehen. Ja. Ja. Über den Nut kann ich mich auch nicht beschweren, brauche Sturmgewehr, Pump und Schall gedämpft. Ja. Du brauchst. Du brauchst. Wir können ja so, nur mal... Du brauchst du. Wie ist das? Ach da. Oh, morgen baut der jetzt da. Ah, dann musst du weiter bauen. Ich weiß ja grad nicht, wo der genau ist. Ja, moin. Scheiß Epic Games. Warte, ich geh einfach hoch. Danke dafür, dass du hochgebaut hast. Hm. 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 Ja. Warte nicht, hm. Ich hab 30 Steine. Wo ist der Rift da drüben? Meiner! Wenn du da neben bist, lach dich so hart. Hm. Ja, warte nicht. Ja, warte nicht. Schau mal die Pfütze an hier, oder? Hä, was ist das? Ach mit B. Ist das normal, dass das so fetter Eisklotz ist? Nee, das ist neu. Oh, nee. Bär ist doch da, oder? Doch. Du siehst neu. Ach, Zombies hier. Was wir die Zombies für dich machen? Ja, hör dich. Ja, du merkst da auch irgendwo. Hä? Ja. Frag ich mich auch. Komm, lass aber in die Zone einfach, Chefshof. hat nur noch zehn stein habe ich bin tot die jahr zehn stein was kann man die kommen die sind dann denn jetzt kann es mir mats gehen so 30 habe nur noch elf stein was auf den von hinten warten ich werde wir werden gleich gekillt ja ich werde schon genervt alter ich werde nicht so hart genervt komm ich gebe mit der andere ist meiner einfach noch irgendwo ab berg wie viel dieser bastarde der andere steht da nur auf einen fleck die ganze zeit wie sturmgewehr moni hast du ich habe 93 schuss ok weiter die wie viel zu machen hier fünf kürzen zusammen von hinten nur ne da kommen hinten am berg ich bin auch dabei oder was machst du was machst du warum gehst du auf die zombies die lenken mich ab oh ne so einer hab ein habt ein ferne der kommt och ach jese muss zombies cleanern oh nice ich hab null mats und den egal komm nur auf den holen zombies facken so hart ab und das war und das war echt so und jetzt auch mit doch leger von wo warte ich kann mir kurz mit mit ja ich lenke ihn ab mit fettzeug komm wenn wir hinterher ns doll mit dem jetzt guck man da ist oder so ja komm scheiße oh gönnen die matkit ich geh zu diesen oh die nerven ich hab null mats ich hab gar nichts mehr hm warte hast du mats für mich? ja ja muss mich gucken ich hab 35 blöd oh matkit ich hab selbst nur 100 warte ich geb dir die hälfte warum haben die gegner alle keine matts? warum haben die gegner alle keine matts? ich hab zwei larverpeuer äh ne ich hab matkit ah links 2 wir leben ein wunder ja aber aber zombies sind echt nervig hm am anfang so cool ja die 20 zombie kids hab ich schon du 16 hm sie sagte doch 20er bomb mach ich Nächster, so easy, du hast schon 20 Bomben, wir haben eine 36er Bomben. Ja, 36 Kits. Das ist ein Rekord. Ja. Mal, machen wir jeden Faket. Ja, easy. Jetzt glaube ich noch umgelootet, oder? Du musst das so holen. Wir fahren lieber Metz, bevor du lootest, vertrau mir, du wirst sie noch brauchen. Den ganzen Tonnen Metz herumfahren und darf das sehen, das war schon kritisch. Kritisch. Äh. Äh. Wo wird gefeitet? Warte. Aber nicht vor mir oder so, bisschen weiter. Du brauchst nicht so farben. Ja gerne, wenn du die nicht haben willst. Da liegt gar nicht. Ach da. Komm, komm, die Metz sind noch mit der Fölle. Hast du einen Riff? Hast du einen Riff? Hm hm. Ich hab zwei. Ja komm. Lass mal gucken wo Gegner sind. Bau kurz den Baum noch her ab. Let's go. Ich denke wie es aussieht, Lull. War das bei dir auch so verbuggt? Wollen wir dorthin? Nein. Ja komm. Wissen sind halt zu unnädig. Ja. Vielleicht geämter wär. Nope. Oh Trap! Flugzeug wo? Nehm uns direkt. Zombies. Boah, der hat das Schild. Boah, hast du noch keinen Punkt? Ne, ich glaub ich hab was. Ja, warte nach dem Mini, das geht zu. Okay, warte, Rocket Money hast du. Zwölf. Nice. Haben noch immer sieben rüber. Ne. Oh, jetzt zuhlen. Wollen wir riffen, dann kann ich einen Mini mitnehmen. Oh, unter uns ist ein Goldner. Ja, Zomi. Äh, ja komm. Du klaust noch. Hey, die letzten zwei, Mann. Wir werden beschossen. Wir werden beschossen. Digga, der Hängegleiter buggt mal wieder rum. Kann mich nicht so schnell voran bewegen. Ich schaff's nicht mal auf dem Berg, ey, wenn ich das klapp. Oh, bitte, bitte, bitte. Ich schaff's, wenn der Hängegleiter buggt ist. Boah. Nice, im Endgame lebt. Na ja, so ist der kleine Baseball. Ja. Kommt da hinten bei NO, ne? Wo ungefähr? NO. Oh. Halt mit dem... Wie viel... Wie viel Metz hast du? Wie viel Metz hast du jetzt? Hm. Ich hab nur 100. Oh, ich hab nun immer noch 138. Geh, warte, komm her. Ich gefrischt auf dir. Bisschen. Aber nicht zu viel. Hm. 400. Warte, ich trappe in der anderen Base eine Falle, dass sie denken, ich wären hier. Guck... Guck, die sind auf dem Berg. Links. Oh, ne. Das sah nur ganz so aus. Wie viel Pumpmonie hast du? 104. Okay, ich hab nur 14 Schuss. Nice. Reiz. Ja. Jetzt 71. Ja, mein es lagte. Ich bin Fullrock und ich hab noch 7. Hm. Die letzten... Hast du... Hast du noch... Hast du noch nen Taschenriss? Mhm. Digga, wie es laggt echt? Ich kann die Waffen nicht wechseln so lange. Ich kann nichts machen! Okay, ich beende jetzt eh den Stream. Ich kann es gar nicht, ich kann es aber nicht… Yesen... Ich kann es nur um ein bisschen... Ich kann es nicht überlaufen, aber wer scheef es? Ich kann es dir nicht mehr zu überlegen. Vielen Dank.